Pro Video drehe ich oft über 10 Versuche und sie sind noch immer fürchterlich. Tolle kommt von... Reden wir die Blitzanlage jetzt oder was? No play, da kann der Content aber nicht sein oder? Ich bin überhaupt kein Sprecher, ich bin wahnsinnig schlecht und das ist jetzt das erste Video, das sich dreht. Das ist ja deppert. Viel Spaß. Und in Wirklichkeit sind wir alle faule Hund und wollen nix hacken und deswegen machen wir die Videos. 40% erspart. Geiler Scheiß oder? Schichtl-Drucker. Wie denkst du sicher was tut denn der Hauberer? Wer hört sich denn den Scheiß an? Es wird aber gut.